Jetzt gerade hat ein Wirt wirklich mal komplett mit dieser gesamten Ampelpolitik, vor allem aber mit der SPD-Politik von Olaf Scholz abgerechnet, denn dieser hat vor seinem Lokal ein Schild aufgestellt. Das ganze Bild geht aktuell extrem viral auf Twitter oder beziehungsweise auf X. Wir schauen uns hier direkt mal an, das ist das Bild. Hier steht nämlich ganz klar drauf, hier Zipfer heute geschlossen und jetzt aufgepasst, kein Personal, aber 500.000 Arbeitslose. Sorry, der Wirt. Also wirklich mal eine klare Ansage von dem Wirt hier auf unserem Lokal, der sagt, er hat nicht mehr genug Leute. Und es ist ein riesiges Problem in der Gastronomie, dass es zu wenig Fachkräfte, zu wenig Personal gibt, aber gleichzeitig haben wir 500.000 Arbeitslose, Leute, die jederzeit arbeiten können, vor allem auch viele junge Leute im Alter von 18 bis 34, also extrem viele Leute, die bekommen das Bürgergeld, also ihr Beruf ist das Bürgergeld sozusagen, obwohl die Leute wirklich massiven Fachkräftemangel haben. Und dieser Wirt macht das hier wirklich mal ganz klar.